Am Freitag haben es Lululeva und Massimo Sinato nicht in die nächste Runde geschafft. Sie erhielten zu wenige Anrufe und müssen letztens nach Show Nummer 9 verlassen. Für viele ein Schock. Immerhin haben die beiden für ihren Magic Moment 24 Punkte erkattert. In der Vorwoche erhielten sie für ihren Contemporary sogar volle Punktzahl, also 30 Punkte. Darum verwundert Joachim Lambis, 59, Kritik wenig. Auf seinem Instagram-Account macht er deutlich, was er von der Entscheidung des Publikums hält. Leider haben Lulu und Massimo gestern unsere Show verlassen müssen. Die Zuschauer haben entschieden, obwohl aus Jury-Sicht Ann-Kathrin und Valentin die wenigsten Punkte bekommen haben. Zudem macht Joachim Lambi klar, dass er von Lulus Tanztalent überzeugt ist. Du warst eine tolle Kandidatin und hättest es auch verdient gehabt weiterzukommen. Wir sehen uns im Finale. Auch einige Zuschauer, innen finden, dass Ausscheiden von Sängerin Lulu Lewe und Tanzprofi Massimo Sinato ungerecht. Sie kritisieren, dass Ann-Kathrin Bendixen, 24, und Valentin Lusen, 37, mit Mitleidsanrufen weitergekommen sind oder vermuten sogar, dass RTL die Anrufezahlen manipuliert hätte. Ihren Unmut äußern die Zuschauer, innen auf Social Media und wünschen Lulu für ihre Zukunft alles Liebe, so schade, man kann es einfach nicht verstehen, sehr schade und absolut ungerechtfertigt, schade, alles Liebe Lulu, vielen Dank Lulu, für deinen professionellen Tanzeinsatz. Du bist so sympathisch und ehrlich rübergekommen, danke, dass du mitgemacht hast. Echt schade. Ich finde, ihr habt trotzdem toll getanzt und danke euch für die schöne Zeit. In der kommenden Woche dürfen die letzten fünf Tanzpaare im Musical Dome in Köln ihr Musical-Talent für Mula Rouge unter Beweis stellen, weiterhin dabei sind, Detlef Sust und Ekaterina Leonova, Jana Wosen-Itsa und Wadim Gabusow, Ann-Kathrin Bendixen und Valentin Lusen sowie Mark Keller und Katrin Menzinger.